Er schießt auf mich, wie er kann. Ach nee, das machen die. Aua! Die Kisten sind so ein bisschen voll. Ja, ich weiß. Ich weiß. Neugedönse. Ich weiß. Okay. Du wolltest nur gesagt haben. Ich hab's ja auch gerade schon gesagt. Soll ich jetzt meinen Müll hinwerfen? Ich weiß. In, äh... In die Dimension, Alter. Sehr gute Idee. Wenn die nicht auch schon voll ist? Ach, da wird schon noch Platz sein. Ne, ich glaub nicht. Die Quarry arbeitet die ganze Zeit da rein. Da ist sie. Ach, da ist noch Platz. Hey, sie. Ach. Nasi, go ring. Da ist unten keine Barrel für O. Für O, nein. Oh, sollst du da gar nicht mehr ankommen. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Da kommt aber noch O an. Ist ja nicht nur ein bisschen. Ich weiß. Hab's ich auch gesehen. Gut. Ihr seid... Ihr... Scheiß seid... Ähm... Ähm... Ihr... Weggehen müssen. Ihr... Blöd, ihr... Ich brauche euch keine Köpfe. Ich brauche... Oh... Hat der Schwellenhand? Ist ja dumm. Aua. Ja, genau. Habe ich doch noch mehr damit... Ach, du Scheiße. Warum sind eigentlich so riesen Löcher an unserer Mondbasis? Kann mir das mal einer sagen? Vielleicht wer... Irgendwer... Rübern spielt. Rüber... Rüber in die Luft jagt. Wer macht denn sowas? Ja, ich weiß es nicht. So ganz verrückt. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber wenn ich eine finde, sage ich dem Schuld. Cool. Klar, ich bin nicht tot. Ich habe noch jemanden gemacht. Hallo. In der Monster einkommen, ne? Die sind nicht von mir. Lebe. Ich lebe. Es leckt einfach wie zu viel, dass ich irgendwas machen könnte. Das wird sich bald ändern. Schubelchen, was ist denn ein Schubelchen? Was ist denn ein Schubelchen? Ganz kleine Schubelchen? Nein. Ich auch nicht. Gut. Dass wir darüber gesprochen haben. Ja, ne? Hello. Was ich hier mache? Ich jange Köpfe. Ich will Köpfe haben. Gib mir deinen Kopf. Gib mir deinen Kopf. Ich gebe dir meinen. Was? Ich gebe dir meinen Kopf. Gib du mir deinen. Das Lied heißt eigentlich Saft. Und es geht darum. Aber ist egal. Ja, ich weiß. Ach, du bist ja auch noch wieder nicht. Dass du das wissen kannst. Ja, doch. Du weißt einiges. Ich bin... Ich glaube nicht. Angeber, gib noch ein bisschen Hand für mich. Ich weiß, du hörst es gerne, wenn du von deinen... Und die Treppe nicht rollen? Ja. Hallo. Warum sind immer so viele Mops? Können ich mal nur die Mops kommen, die ich brauche? Und dann immer nur einzeln, bitte? Nicht explodieren! Immer wenn wir nur noch einen Schlag brauchen, ey. Ich hasse sie. So. So. Ah, furchtbar schlimm. Oh, der drößt sogar einen. Cool. Komm her. Nein! Sir! Schießen Sie nicht auf mich! Schießen Sie auf den Creeper hier! Schießen Sie auf den! Nicht explodieren! Schießen Sie nicht auf mich! Wie soll ich denn den Creeper treffen? Nicht explodieren! Nicht explodieren! Herrn Creeper habe ich getötet. Aber ich habe nur Explosionsstaub gekriegt. Hallo! Sterben Sie jetzt mit Ihrer Rüstung, bitte mal! Oh, Alter! Ich hasse euch! Dass so scheiße man in der Luft ist und die schießen auf einen. Mit ihren zwei Bögen. Dann wird man zu Gulasch verarbeitet. Noch einer. So. Hallo, sind sie alle tot? Das ist schön. Hat irgendjemand Köpfe getroppt? Nee, zumindest habe ich eh keinen Inventanplatz mehr frei, um irgendwelche Köpfe aufzuheben. Schmeiß noch mal ein bisschen Zeug weg, damit ich ausstehe. Wenn ich das auch sehe, was habe ich jetzt gemacht? So. Weiter. Geh mal suchen. Ich brauche Köpfe! Wir... Ich weiß nicht. Spielen wir noch LOL? Ich geh gleich noch LOL spielen, ja. Wir spielen gleich noch LOL. Ob jemand mitmachen darf, wissen wir noch nicht. Ob wer mitmachen darf, wissen wir noch nicht. Also fragt uns nicht sowas. Lasst euch überraschen. Schon kann alles geschehen. Hier ist ein Asteroid auf ein Asteroid gefallen. Creeper! Creeper! Hallo, Mr. Creeper! Hallo, Mr. Zombie. Zombie, bitte sterben Sie jetzt. Creeper, Creeper, Creeper! Nicht stehe ich explodieren! Nicht explodieren, Herr Creeper! Wo rennen Sie hin, Herr Creeper? Nein, nicht! Oh, ich muss ihn noch einmal treffen, der explodiert schon wieder. Der Mond ist gleich wie ein Schweizer Käse. Hallo, Herr Creeper. Kommen Sie mal her. Hättest du das ja mal vorher gemacht, bevor ich angefangen hätte mit dekorieren, dann müsste ich hier nicht alles selber wegreißen. Oh, joa. Toll. Der ist so geflogen, der Küper. Ich dachte eigentlich, er würde es überleben und ich könnte noch einen Schlag mit dem Schwert geben, aber nee. Er hätte nachgefragt. Wer möchte denn mitspielen? War's bei LOL? Ja. Wer möchte denn mit uns spielen? Ja. Ich spiele lieber mit mir selbst. Ja. Was? Was? Lalalalalalalalalala. Oh, jetzt hör auf, ey. Warum haben die eigentlich zwei Bögen? Hätte einen Bogen nicht gereicht? Nein, zwei. Damit du auch, ja. Immer in der Luft bist, wenn du da ankommst, weißt du? Alter. Und der Leck macht das übliche dazu. Geht doch. Ja, ja. Mit der Dings droppt die die Köpfe schneller, ne? Die droppen keinen einzigen Kopf mit dieser Scheißwaffe. Ich könnte kotzen hier. Ich glaube, an der Hand der Menge an Meteore, die in der Umgebung verteilt sind, kann man sich ausrechnen, dass ihr schon sehr lange in der Welt spielt. Joa. Bisschen? Joa, so ein bisschen schon, ne? Hier liegen echt verdammt viele Meteore rum, ne? Kann man nicht auf so eine Meteore? Abarbeiten, aber... Will mir das nicht antun. Das leckt zu viel, ja, ja. Das war Nina, die hat zuheim nicht alle dahingelegt. Das war ja eh alles. Ausgepupst hat sie die alle. War ja eh alles. Alle ausgepupst. Neue Meteore, neue Meteore, neue Meteore. Die rennt immer tagsüber hier draußen rum und macht die überall hin. Ja. So genau, was mir jetzt gar nicht ist. Das war übrigens die Originalgeräuschgröle, ich hab's aufgenommen. Maximus! Also hier daraus umgerannt ist. Maximus will freiwillig mitspielen? Ja, der hat doch vorhin schon gefragt, ob wir noch spielen. Hab nichts dagegen. Ich möchte, dass die Köpfe droppen. Und was soll ich jetzt sagen? Sie droppen keine Köpfe. Es sind verfluchte No-Headers. Hi! Wo komme ich denn hier raus? Ich komme einfach durch die Wand rein. Und wir haben mal mitten in unserer Base hier. Base, Base. Base, Base. So. Base, Base. Der Browser spinnt heute. Sturi, mach was. Nein. Real Delta. Ich hab keinen Unterschied zu sonst. Nicht? So nicht. Dann bin ich ja beruhigt. Boom. Oh, ich hab noch in unsere Wand gespringt. Wieso frisst man im Wurm Schwerter? Was ergibt das für einen Sinn? Als gefährlicher Wurm. Ich hab keine Köpfe. Ich hätt gern ein paar Zöpfe mit Köpfe dran. Was ist das für eine scheiß Maschine, dass man so viele Köpfe dafür braucht? Und dann muss ich noch Seelen einfangen hinterher. Nix easier SZKP. Kaffee ole. Was willst du denn von mir? Oh nein. Ich bin schon wieder halb am sterben. Was ist das? Das hat eine Rüstung an. Was ist das? Was bist du denn so schnell? Oh, jetzt hast du mich. Wenn du vergiftet bist, weil ich dich gehauen habe, dann geh ich von mir weg. Sonst steckst du mich an. Blöde Sau. Toll. Das Gift ist überhaupt nicht übertrieben stark. Oh Gott, wo kommen die denn alle her? Du hast da ein Loch in der Wand gelassen. Ich. Nein, man kann nie genug Seelen haben, fällt ihm nie. Ich hab doch gesagt, wo ich reingekommen bin, das noch hab ich nicht reingemacht. Ich hab einen Zombie-Kopf. Brauchst du einen? Nein. Und es war ein Diamantschwert. Ich brauch einen Creeper-Kopf. Und einen Zombie-Kopf hab ich noch. Und einen Skelett-Kopf. Und überall ganz plötzlich irgendwelche Löcher drin. Wir wurden gegrieft. Fang ihn! Zombie, fang ihn! Nein, nicht um den. Ach, ein Zombie. Au. Ist der mir in der Ecke oder was? Nein. Aber es leckt heute so, ne? Ich bin sehr unzufrieden gerade. Ey, das noch hab ich hier reingemacht. Hier wollte ich mal einen draus. Oh. Es haut dich, Sturi. Sturi? Wartet kurz. Es haut dich. Ich hab mir glatt irgendwo plötzlich Musik. Ja, das ist bei TS. Da ist irgend so'n... Ja. Auf'n Ruther TS. Der... ... in Laber-Ecke 1. Naja, wieso hört ihr den dann, wenn er in Laber-Ecke 1 ist? Weil der... ... auf'n ganzen TS ist. Wenn du mal so freundlich wärst. Hä? Och. Ich versteh's nicht. Irgendeinem kann man einzeln. Kleines muten. Ich hör den ja nicht. Wieso hört ihr den? Wartet's. Nachstimm-Sturi. Genau. Wer ist denn das? Der Laber-Ecke 1, oder was? Ja. Der Report. Wieso hört ihr den nicht? Ich versteh' ich nicht, dass ihr den nicht hört. Kann ich nicht. Der Report. Ja, aber wieso hört ihr den? Weil der das alle mit dem Whisper macht. Macht komplett alles mit Whisper. Achso, ja, aber ich kann ja nicht an Whispern. Okay, das macht's natürlich. Das erklärt's natürlich. Oh. Das heißt denn die Niedros, ey. Oh, ohren. Toll, das ist mich angesteckt hier. Du haust mich, und dann heißt es, ich hab dich angesteckt. Ich wollte da wieder raus, wollte mein zweites Loch aufmachen. In dem Moment hast du mein erstes Loch wieder zugemacht. Aha. Das ist mein Ausgang hier. Halla, die Weife. Es war laut. Was für ein ekelhaftes Geräusch. Ja, vor allem, wenn ich geguckt habe, habe ich irgendwie noch... Ich hab alles erst mal geguckt, ob ich ja, genau. Ich hab auch erst mal geguckt. Was hab ich noch im Programm vergessen? War noch irgendeine Pornoseite offen? Ja, ja, genau. Ja, oder sowas. Nachdem es nicht nur mir so ein Ding, dachte ich es mir fast, also so ein DS ist, deswegen. Hm. Alter, hört auf mich zu nerven, ihr scheiß Skelette. Gebt mir einfach euren Kopf, ey. Ich gucke in euren Schädel. Und wenn da nichts drin ist... Habt ihr keine Hirn? Obvious. Ey, diese Schwelle ist scheiße. Hier trauen wir überhaupt keine Schädel. Seeleneinfangen ist mein Hobby, ja. Ist eine Berufung. Mit Seele muss man auch gut umgehen, ne. Das ist nicht so, als könnte das jeder. Seelen sind anspruchsvolle, ähm... Sammelobjekte. Hm. Ja, sogar schon Helfer. Hast du ne gute Idee, ich weiß, was ich heute spiele. Support? Ja, aber was als Support? Den Seelensammler. Fresh. Mahlzeit. Gesundheit heißt das. Pokémon, was? Komm, schnapp sie dir, komm, schnapp sie dir. 150 Pokémon. Na, 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 na. Was hab ich? Ich bin heute Level 10 geworden mit Pokémon. Wow, nice. Also ich spiele es ja nicht durch. Splendid. Ich spiele es immer nur, wenn ich es kann. Also zeitlich gesehen. Wonderful. Ich weiß, dass die Chance erhöht ist, weil ich hab's gerade auch schon gelesen, dass ich's...